ja liebe leute ein herzliches willkommen zurück zum let's play gta 5 die story wir sind heute am start mit unserem freund trevor immer noch nach den letzten demissionen für jetzt mal wieder zeit für eine hauptmission die da heißt ja mit dem devon westen ist dass das nicht der typ mit dem ist das nicht der typ mit dem mit den autos hier wird auch noch das eine auto haben geschickt guck mal gut ich brauche nicht mal eine garage eigentlich was haben wir hier blama im part of the team that's what's up team i don't do teams uh devon westen's car still a team the one frank's running oh oh yeah that one hey look i boosted the ride i'm about to meet your boy franklin and i need your ass to pick up the packer meet us outside the garage and we're taking these motherfuckers up to palito bay all right my buddy fine that's a long trip so wo geht's jetzt hin hol den wagen okay ich hab keine ahnung was das nächstes ist was das ist jo ähm ja ich hab's wahrscheinlich tatsächlich in der letzten folge nochmal angekündigt dass die katta mit am start ist äh das wird aber nicht der fall sein äh wir haben das ein bisschen noch verlegt und alles drum und dran also werde ich doch weiterhin alleine machen jetzt ist schade weil wie gesagt natürlich gerade die gta haben viele tatsächlich recht äh haben einige tatsächlich recht oder einige youtuber auch recht das macht zu zweit oder so macht das mehr laune auf jeden fall wenn man dann halt noch jemand dabei ersetzen hat zum quasseln aber sei es einfach nur zum quasseln ähm na gut dann muss ich mich einfach alleine durchschlagen durch das let's play soweit es jetzt geht aber wir wollen auf jeden fall noch etwas was tun heute ich dachte jetzt nehme ich so mit trevor waren jetzt drei und vier folgen we müssen nur machen wir mal eine hauptmission äh wo muss ich hin ach das auto so steigen wir mal gerade gespannt um bringe das auto zur werkstatt das tue man dabei hat das die 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 Ich weiß, was du? Du kennst mich, Mann. Ja, ich weiß dich, Mann. Also, was du denkst, smooth oder schlauch? Ich denke, wo die Blutstange und die Blut-Holle sind. Mann, fuck. Das Amatür ist hinter mir. Ich bin professionell. Wie du und die alten Blut-Holle sind. Also, was ist passiert? Ich sah die Fahrzeuge, ich habe die Fahrzeuge. Kein Schrauchung. Kein Schrauchung. Kein Schrauchung. Kein Schrauchung. Definitiv. Cool, wir müssen das Auto wohl feilen. Shit. Ich muss die Mülle ein bisschen, ein bisschen mehr Schwung auf die... Ich mach das jetzt an der Sicht. ... ... ... ... ... ... ... ... 12, was? 12,700 Kilometer? Okay. Ah, Rumor und Hearsay. We got a long way to go. I get them. Alright, nigga, but don't try nothing. How far is it? In this thing? About four hours. Shit. It's your operation, Slick. Shit, if you are right driving, I'm gonna catch up on some sleep. Go for it. It's a hype being the boss. Meant to be running, but this pool sleep. Yeah, I'll be asleep when your ass stop talking, nigga. Some boss. Is ja nicht so, als würde es auffallen, wenn man, äh, wir sind's überhaupt. Hey, man, what that other dude? The dude that creeped on that dude? Michael, this creepin' day's are done. What do you mean? He stopped creepin'? No more creepin' for him. He like, retired? From, from creepin'? From everything. That's funny, cause, like, the boy Frank didn't mention shit about that. And as a matter of fact, I don't even know the dude. But considering the mutual acquaintances we got, I would've liked an invite to the retirement party. There weren't no party. No party? I used the term retirement euphemistically. Homie, for a dude that kills dudes, and eats dudes, and fuck dudes, you talk through. It's unconfirmed. What's unconfirmed? The fact that you talk stupid, or the fact that you do some messed up shit? Or, where the other dudes at? Like, maybe he's dead. The last one. Oh, shit, man. Did Frank know about this? I don't know if Frank would know, but let me just let me sleep. Shit. Yeah, it's a bummer. But you know, he wasn't the good guy he made out. Man, dude was a killer, a thief, a liar, and irritable as shit. Yeah, a liar. Above all else. A fucking liar. Homie, you sound like something. So, während die beiden jetzt gerade noch weiter quatschen, muss ich das gerade noch zu Ende werden. Äh, das ist ziemlich komisch auf die Weise. Als würde das normalerweise auffallen, wenn man sechs hochwertige Autos, die sowieso vorher als gestohlen, wahrscheinlich auch als gestohlen gemeldet sind, äh, einfach so offen für den Laster transportiert, ohne irgendeine Plane oder irgendein Sichtschutz oder sonst irgendwas. Das ist ziemlich komisch. Vor allen Dingen, wenn wir im letzten Auto fährt, keine Gegner. Wir haben momentan noch keine Cops. Eff, das läuft mir ein bisschen zugeschmiert. Ich bin, ich bin ein bisschen überrascht mit dem Platz. Ich bin ein bisschen aus dem Kontrollen. Aber das ist nicht, wie ich bin, für den meisten Teil. Aber Michael hat mich verletzt. Ja, Michael hat mich verletzt. Und Michael hat Brad verletzt. Und Michael hat mit dem FIB. Brad? Wer, wer ist Brad? Brad ist unser Junge von dem Tag. Und Michael hat ihn verletzt? Michael hat ihn verletzt. Er hat mich verletzt, als Michael verletzte seine Todes. Ich dachte, Michael hat mich verletzt und Brad war in der Pen. Und Michael hat ihn verletzt und Michael hat ihn verletzt. Und jetzt Michael ist tot, und es ist alles okay? Michael ist aktuell nicht verletzt. Ich habe das gesagt. Aber wenn er tot, dann wäre du cool, weil er Brad ist, der sich tot, der sich tot, der sich tot. Ja. Mann, ich dachte, du und Michael waren tight. So habe ich. Okay, das macht viel Sinn. Ja. Es ist ein schmerziger Weg, nicht? Lonely? Hey, I couldn't say. I mean, not really. A road's a road. It ain't got a band of munitions. Truckers on a blacktop, making do it. I don't need to make do it. I need to make snaps on these rods. Sure. Yeah, the time will come. It's what happens before we get paid is what? Franklin's asleep. It's just me and you. What? What you trying to say? You want me to jack you off or something? Jesus. No. God no. Of course not. Unless... Man, you's a sick fiend. Just fiending for some friendship. Friendship? Right, whatever, man. It's just... Truckers are a symbol of this country. A part of its mythology, like cowboys, gangsters, hobos, gangbangers. Truckers are about the unsexiest myth I ever heard. Apart from hobos. Maybe tired with hobos. Freedom. Loners in the night. You know what truckers do? Cut up women and get other dudes to jack them off. Come to think about it, aside from not lugging freight around the country, you've got about all the necessary prerequisites for a fine career in haulage. No shame in that. If you don't want to get paid or enjoy human contact. Money's bullshit. So is friendship. Alright, alright, alright. I see you still touching. How's Franklin doing over there? Ah, Luke getting paid to sleep. I don't even worry about it. Ah, sleep of innocence. Schön unter der Militärbase durch. Warum auch nicht? He's a kind of figurehead. A puppet, if you like. Right up to the elbow. That dude, he'll say. Ooh, it's repositive. Well, once he's paid us, he can be whatever you want. Sorry, dass gerade keine Action kommt, aber das kann ich euch jetzt auch nicht liefern. Nicht? So. Someone who understands that all the money in the world can't save him from a nasty guy who thinks he's an asshole. Now that's something I want to see. So, uh, tell me, man, how y'all end up meeting? Michael introduced us. Me and Frank didn't exactly travel in similar circles. Nah, I mean the creeper. Michael? Ha, yeah, I don't know. Yeah, you know. Sorry, I don't want to reminisce. Your wounds ain't healed. You're such a delicate little bit change. Uh-oh. How I don't... Scheiße, cool. Wake up, you gozy motherfucker. One time was on the ride. What you gonna do, oh fearless leader? Alright, shit. I'll handle this. If you keep driving, I'll use the JB700 to get rid of. Devin's lawyer said there'd be some new hardware on board. Hey, take this headset. Ich sitze mich mal gerade da vor. Halt den Astro ruhig, yo Franklin, okay? Ich kann dich nie dauerhaft auf die Kürtio-Kamera geben. Ich kann dich nicht mehr auf die Kürtio-Kamera geben. Ich kann dich nicht mehr auf die Kürtio-Kamera mummy hervorhebchen. Nur wofür. Ich kann dich nicht mehr auf die Kürtio-Kamera geben. Oh ja. Ich kann dich nicht mehr auf die Kürtio-Kamera geben. So, der ist erstmal weg. So, der ist erstmal weg. So, der Kopf ist weg. So, der Kopf ist weg. Der Kopf ist weg. So, 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 die sind weg. So, der Kopf ist 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 weg. Triff dich mit Molly. In light of the drama your efforts caused, we felt it was not perhaps the best idea for you two to be seen together for a while. Where's the money? Mr. Weston is one of the most brilliant investors the world has ever known. He's obviously a maverick, but he's also rigorous in his research. Yeah, he may be brilliant. Look, let me be the first to tell you. He ain't gonna fall in love with your ass. Now where the fuck is my money? The best thing that could have happened to you in the situation has happened. He is going to hold your money, invest in his alpha fund and make the fund available to you at a time as the transfer will not induce any attention. What is a polite way of saying I'm getting robbed? Are you fucking kidding me? That is a short-sighted and frankly immature wave seeing things, Mr. Weston. The wood is not really my fucking thing. Anscheinendlich so, yeah. So. Genau, and the souvenirs have we got from Trevor. Träger! Contrable, okay. Yeah, good. Schreiter, we have 7 Autos so still. Good. Yeah. Oh, Telefon geht. Lester. Okay. Okay. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. His phone is offline. His credit cards aren't active. This is aberrant behavior. Hmm. The last usage is for a flight to North Yankton. There was a signal from his cell back in Los Santos, but now nothing. Damn. Is he in the city, dawg? Shit, he could be in trouble. I don't know, but it's worth speaking to Trevor. Most likely he was with him in the Midwest. I'll get him to come see you. Shit, alright, homie. Look, send him to my aunt's crib, alright? Good, dann schauen wir an die nächste Mission zu haben. Und die da mit dem F. Oh Gott, jetzt muss ich natürlich den ganzen Weg da runter zu Franklin. Oh Gott, das ist jetzt so eine weite Fahrerei. Die machen wir dann aber im nächsten Part und dann sehen wir uns wieder bei Let's Play GTA 5. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020